Bei mir ist gerade erst der Entschluss gefallen, dass ich das noch ein paar Jahre machen möchte, gibt der 62-Jährige in einem Gespräch gegenüber web.de-Preis. Für ihn sei die Sendung weiterhin eine wunderbare Sache, weil er etwas machen dürfe, was so heutzutage im Fernsehen und auch im Leben eigentlich nicht mehr stattfinde. Wir erzielen keine Quote damit, dass wir uns über jemanden lustig machen oder schlimme Dinge zeigen. Wahres für Rares ist echt und ehrlich. Ich bin zu jedem Menschen respektvoll und höflich, ganz egal, wie er aussieht, wo er herkommt, wie alt er ist oder wie viel Geld er hat, führt der frühere TV-Koch aus. Diesen Erfolg, den Lichter und sein Team feiern, habe man nie erwartet, zumal man klein angefangen habe. Aber wie lange möchte der Entertainer die Show noch moderieren? Ich bin mir sicher, dass ich den richtigen Moment finden werde. Ich werde nicht so lange warten, bis die Leute zu Hause sagen. Mein Gott, ich kann das Gesicht nicht mehr sehen, verrät der 62-Jährige. Ehe so etwas passiere, werde ich mich aber mehr und mehr zurückziehen, erklärt Lichter weiter. Während der gebürtige Nettesheimer sich also einen Rückzug aus dem Showgeschäft in nahe Zukunft vorstellen kann, ist Stefan Raab, 58, erst vor wenigen Wochen zurückgekehrt, und auch dazu hat er seine Meinung. Ich bin ein Mensch, der Neid oder Missgunst nie verspüren wird. Selbst wenn ich persönlich etwas nicht gut finde, gönne ich jedem Menschen seinen Erfolg. Das gilt auch für Stefan Raab, in dessen Sendungen ich früher zu Gast war, so der bares für rares Moderator. Ich bin ein Mensch, der Neid oder Missgunst nie verspüren wird. Ich bin ein Mensch, der Neid oder Missgunst nie verspüren wird.